Was für ein Wahnsinn eigentlich überhaupt am Leben zu sein. Und wie das alles so funktioniert im Körper. Also dass man Nahrungsmittel kauft, diese dann isst und trinkt, dabei Energie und Fett und solche Sachen produziert, den Rest rausscheißt und dadurch leben kann. Ich meine, seit 10 Jahren gewährt mir somit die Handelskette Aldi Nord mit ihrer Produktpalette meine gesamte Existenz. Ey, lass dich vorbei, ich bin cute. Und wenn man es mal genau nimmt, dient ja eigentlich generell jegliches Handeln im weitesten Sinne, selbst und vielleicht gerade bei Altruisten und alten Christen im Grunde genommen nur dem eigenen Selbstverhaltungszweck. Wenn gleich das im Verhältnis zur milliarden Jahre alten Erde oder der Größe des Universums, das sich zudem auch noch ausbreitet und wir nie wissen werden, was dahinter ist oder davor war, letztlich gänzlich sinnlos erscheint. Naja, egal. Na, 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 na.